Ganz kurz noch ein paar Orte von mir, es treibt mich, dass so viele Bekannte und Wollende von mir heute da sind und die Kinder sind und die das verbrachen. Ein Highlight von der Antonie ist, wisst ihr alle, die wir kennen, ich komme aus einer Familie, wo sehr viel Volk zum Musikspiel wird. Und ich möchte Danke sagen meinem Professor, dass das möglich ist, dass wir das so aufführen können an der Uni, zum Beispiel Masterabschluss, was mich echt sehr freut, dass Freunde und Bekannte und meine Familie, also mein Papa und mein Vater auch, sich bereit erklärt haben, dass sie mitspielen und dann sich eine Dose auf der Klarinette und ein Zeichen für sich in der Volksmusik und gerade in der Oberführenszene der Thomas Hammann hat sich bereit erklärt, dass er mir ein Stück schreibt und er macht am Leistung zu, Thomas, das gibt es jetzt für dich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt noch warst. Applaus 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 Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.